Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Kolonie. Heute bauen wir wieder an unserer Asteroidenkolonie weiter. Und ihr merkt vielleicht, meine Stimme hört sich ein bisschen komisch an. Ich bin erkältet, ja, ich hab mich einfach ein bisschen zu lange im Regen in den Matschfützen herumgewälzt. Nein, Spaß. Ich hab mich einfach ein bisschen erkältet, ja. Aber davon lassen wir uns nicht aufhalten. Ansonsten geht's mir eigentlich gut, ja. Aber halt die Stimme leidet halt ein bisschen darunter. Also quirl ich mich hier durch die 5 Minuten Audioaufnahmen, die ich hier eigentlich mache. Und dann hat sich das. Der Rest ist ja Zeitraffer. Also hier haben wir unsere Avalon 4B. Tatsächlich diesmal die 150 Tonnen Variante. Und wir haben auch keine externen Treibstofftanks, um das quasi nochmal extra aufzufüllen. Das liegt hier an unserer Nutzlast und die ist ziemlich schwer, ja. Ähm, das sieht jetzt hier aus wie Treibstofftanks, könnte man sagen. Ähm, an sich sind's auch Treibstofftanks. Es sind Erzsilos, ja. Ähm, ich mach daraus quasi so eine 2 in 1 Mission. Wir bringen extrem viel Treibstoff zur Basis, um dort die Treibstofftanks aufzufüllen. Und gleichzeitig bringen wir kleine Module dorthin und dann packen wir die, ähm, Silos einfach neben unsere Raffinerien. Da waren ja noch 2 freie Stellen und das Erz, was quasi schon ausgegraben wurde, aber noch nicht verarbeitet wurde. Das kann dann hier drin gespeichert werden, wenn wir dann den Treibstoff, ähm, rausgeholt haben. An sich werden wir wahrscheinlich die Hälfte vom Treibstoff auch benötigen, um diese Stufe hier quasi am Leben zu halten. Aber zumindest die eine Hälfte dann können wir nutzen, um deutlich mehr Treibstoff zur Basis zu bringen. Genau. Dann würde ich sagen, meine Stimme stirbt schon wieder, also machen wir es nicht länger. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Bis zum nächsten Mal.